Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 10. Juni 2020. Mein Name ist Norbert Giesow. Ja, immer mehr Tabuthemen kommen ja irgendwie ans Licht der Wirklichkeit und beispielsweise wie Kindesmisshandlung und was dort alles im Internet läuft und viele Themen, die auch tabuisiert sind, ich denke da auch beispielsweise an die Polizeigewalt der USA und andere Themen und der Punkt ist natürlich, dass viele dieser Tabuthemen, die für mich hier auch die Aufdeckung davon sehr viel hier mit der Verbindung von Jupiter und Pluto zu tun hat, die sich, diese Verbindung ja Ende des Monats nochmal exakt wird, beide rückläufig und dann zum Ende des Jahres noch ein drittes Mal und der Punkt ist eben zweierlei. Das eine ist, wie gehen wir eigentlich mit diesen Tabuthemen um, denn man möchte ja eigentlich von manchen Dingen wie Kindesmisshandlung eigentlich am liebsten ja gar nichts hören, vor allem, wenn es auch nichts im Grunde mit einem selbst zu tun hat konkret und zum anderen, wie steuern wir das eigentlich, wenn immer mehr Themen auf uns einströmen, kann es da nicht zu dem Effekt kommen, der aktuell hier auch zur starken Neptun-Phase passen würde, dass man so den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich will eigentlich gar nichts mehr hören, mir reicht das jetzt. So, was man sehr gut in dieser Phase, damit meine ich auch die Corona-Phase, aber auch das, und das ist ja schon ein bisschen länger, MeToo-Debatte und andere Dinge, dass all dieser Schmutz und Dreck irgendwie hochkommt, was ja sehr gut zu beobachten ist, finde ich, bei uns selbst und bei anderen ist ja das, dass wir ja nur zu gerne bereit sind, uns aufzuregen, uns zu engagieren, wenn unsere persönlichen Belange betroffen sind. Also wenn ich in meinem Ego oder in meinem Drang nach Verwirklichung, in meinem Beruf oder wenn es um mich, meine Familie und mein Geld etc. geht, meine Gesundheit, dass ich dann sofort irgendwie bereit bin zu demonstrieren, mich zu engagieren, mich aufzuregen, wenn es aber Themen sind, mit denen ich nicht viel zu tun habe, die aber vielleicht viel, viel wichtiger sind eigentlich, wenn man es im Allgemeinen sieht oder Betroffene sieht, dass sich dann wenig in uns regt. Und das zeigt im Grunde die Selbstbezogenheit, die da ist, die nichts Schlechtes ist, die man nur ganz klar sehen sollte, weil oftmals, und ich spreche das an und sage ich gleich nochmal eben, weil hier Mars und Sonne im Moment eben starken Bezug haben zu Neptun in den Fischen, der ja für Spiritualität steht und für ein Gefühl der Verbundenheit und um das spirituelle Wissen, dass wir eben alle miteinander vernetzt sind, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass eben solche Ideen oftmals im reinen Bereich der Ideen verbleiben, also dass es Gedanken sind, ein schöner Gedanke, ich bin mit allen verbunden, aber dieser Gedanke irgendwie bleibt nur ein Gedanke, wenn ich halt wieder nur bei mir, bei meinen egoistischen oder selbstbezogenen Motiven bleibe. Darüber könnte man mal so nachsinnen, also beispielsweise gerade hier, weil Mars und Neptun ja hier zusammentreffen, zwar ist das erst am Sonnnamen exakt, aber die Sonne macht aus dem Zwilling schon das Quadrat zum Neptun und das ist schon morgen Vormittag exakt und damit zieht sie den Mars mit rein. Wir haben ja jetzt in den nächsten Tagen bis Sonntag und ein bisschen darüber hinaus sogar eben das Sonne und Mars Neptun aktivieren und dadurch spielt Neptun eben eine große Rolle und das ist eben nicht nur von der Energie her so eine gewisse Müdigkeit, manche Leute würden sagen Frühjahrsmüdigkeit oder Heuschnupfenmüdigkeit oder Prä-Corona-Müdigkeit oder irgendwie mich schlapp so, aber es hat eben sehr viel damit zu tun auch, dass die Energien, die spirituellen Energien nach innen gezogen werden und dass eben solche Gedanken auch aufploppen und Leute, die sehr sensibel sind oder sensitiv sind, die wissen inzwischen auch schon, dass es immer nicht nur ihre eigenen Gefühle sind, die sie fühlen, sondern dass auch kollektive Emotionen, kollektive Energien spürbar sind, vergleichbar mit manchen Leuten, die zum Beispiel wetterfühlig sind, die dann auch Wetterveränderung spüren, was ja auch kein individuelles Phänomen ist, eine Wetteränderung und dass, wenn sich in uns was regt, wenn also Mars hier Energie, Aggression, Wut etc. aufsteigt, Verärgerung, Groll, dass wir uns in dieser Phase eben ganz bewusst machen sollten, erstens, wenn ich was spüre, hat das auch mit mir zu tun, aber es heißt noch lange nicht, dass das, was ich spüre, auch aus mir nur herauskommt und wie kommt es eigentlich, und die Frage kann man sich ja durchaus mal stellen, wenn man auf dem Weg der Selbsterforschung weiterkommen will und nicht in der dumpfen Dummheit der Projektion verbleiben möchte, dass man sich mal fragt, wirklich mal fragt, irgendwie, wie kommt das, dass dieses eine Thema mich so aufregt und andere Themen mich eigentlich kalt lassen und ich schnell weitersäppel und das ist eben auf diese eigene Betroffenheit dabei und oftmals ist das ja so, wenn die eigene Betroffenheit nicht mehr angesprochen ist, dass er das Thema auch ganz schnell nicht mehr interessiert und das ist ja auch in Ordnung, nur viele Leute machen dann ein globales Thema da draus und sagen, alle sollten jetzt deswegen betroffen sein. Zu den Tagesenergien heute, über Neptun habe ich ja schon gesprochen, in den letzten Tagen ja viel, das rückt jetzt immer näher, das bedeutet eben auch tatsächlich, dass manchmal sich das so zeigen kann, dass so eine gewisse Unlust da ist, das kann so auch eine Unlust sein, überhaupt den Alltag anzugehen, so Alltag und Alltagsbeschäftigung würde ich jetzt mal so grob ins Zeichen Jungfrau setzen und der Fisch liegt eben gegenüber und hat damit eben nicht viel am Hut und dadurch, dass Sonne und Mars hier Neptun aktivieren, ist immer diese Fischeseite angesprochen, man könnte länger schlafen, träumen, im besten Fall meditieren oder sich kreativ beschäftigen, aber auf die anderen Dinge hat man wenig Energie und nicht jeder kann ja so seine Energie nachgeben, aber da, wo wir es können, sollten wir vielleicht dann auch sagen, tatsächlich habe ich jetzt vielleicht nicht so viele Energien für Außenaktivitäten und ich mache nur das Nötigste und schaue sonst sozusagen, lasse mich da auch führen, sozusagen vom Hier und Jetzt, von der Energie und schaue mal, wo es mich dann auch so hinbringt, ist ja auch eine Sache, die auch wieder bald vorbeigeht. Eine etwas andere Sprache spricht allerdings heute der Mond als Tagesanzeiger der Energien, der sich heute im Zeichen Wassermann befindet und der morgen früh dann um 11.33 Uhr ins Zeichen Fische wechselt, also morgen tatsächlich dann ein starker Neptuntag mit Mars Neptun, mit Sonnen Neptun und mit dem Mond in den Fischen, der ja dann auch am Donnerstag, Freitag hier über diese Sachen auch rüberlaufen wird, aber heute Mond im Luftzeichen Wassermann, das heißt Sonne und Mond beide im Luftzeichen, ein Aspekt, den es gar nicht so häufig gibt, wie man denken könnte, was natürlich bedeutet, dass Sonne und Mond hier harmonisch stehen und dass hier auch das Thema Kommunikation angesprochen ist. Kommunikation ist aber jetzt auch durch Neptun und auch hier durch Merkur im Krebs, der hier auch sehr emotional gefärbt ist und das Quadrat hier zu Chiron hat, also der sehr verletzlich und emotional ist, ein falsches Wort, kann hier schon mal viel anrichten, dass wir uns besonders darum bemühen sollten, unsere Kommunikation aufrichtig und ehrlich zu gestalten und manchmal ist es gar nicht verkehrt, erst mal zuzuhören oder ist auch kein Problem zu sagen zu jemandem, wenn wir merken, oh, ich bin hier missverstanden worden, dass wir sagen, pass auf, ich habe es so nicht gemeint, ich versuche es nochmal zu erklären und manchmal braucht es eben mehrere Anläufe, bis wir das eben kommuniziert haben, was wir kommuniziert haben, was aber in diesen Tagen eben auch wichtig sein kann, es zu kommunizieren. Normalerweise hätten Mond und Sonne im Luftzeichen auch eine gewisse Leichtigkeit, dazu kommt aber diese Neptun-Energie, die die Energie ein bisschen mehr nach innen zieht, also innere Leichtigkeit könnte man sagen, also wenn es uns das gelingt, ein bisschen in diese Richtung heute zu gehen, dann nutzen wir die Energie des Tages sehr gut aus. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.